hallo und willkommen bei einer weiteren folge heute wollen wir die konvertierungsfunktion besprechen um natürlich erstmal dahin zu kommen was die konvertierungsfunktion ist brauchen wir natürlich eine klasse ich denke mal ein klasse wie könnte ich das am besten machen ich mache meine eigene meistringen beispielsweise wieder und wird wahrscheinlich nachher dann auch eine weitere klasse zeigen ein anderes anwendungsszenario aber erstmal hier diese meistringen meistringen ich würde mal sagen hier gebe ich ein char pointer mit letztendlich ein char ray das soll bitte auch hergehen und folgendes machen ich weiß wir haben die string klasse ich das ja nur ein beispiel ich möchte gerne das text ist gleich text bzw ich mache es noch einfacher ich mache es einfach so so das ist ein bisschen sinnlos eine eigene meistring zu implementieren aber es soll ja nur dazu dienlich sein euch aufzuzeigen wie es mit dem konvertierungskonstruktor was es mit dem konvertierungs mit der konvertierungsfunktion auf sich hat dann würde ich mal sagen benutzen wir die length funktion von der string also sinn und zweck dieser funktion dieser klasse ist im prinzip nur der euch zu erklären wie die konvertierungsfunktion funktioniert sinnlos ist die klasse muss ich offen zugeben aber darum geht es ja erstmal nicht mal angenommen ich würde gerne folgendes machen wollen ich würde wollen oder angefangen wie soll ich das am besten erklären eine konvertierungsfunktion erstmal bei einer konvertierungsfunktion handelt es sich letzten endes um die möglichkeit ein objekt in eine andere datentypen zu casten umzuwandeln wir haben hier ein meistring ein objekt es von meistring und diesen datentyp mal es was aktuell meistring ist möchte zum beispiel in einer anderen datentypen konvertieren warum man das machen sollte ist in dem sinne erstmal vollkommen egal es ist kontextabhängig ich will euch hier nur eine möglichkeit zeigen wie das geht dann entsprechend entscheidet letzten endes ihr ob ihr das haben wollt braucht oder nicht gehen wir davon aus ihr wollt hergehen und sagen ich würde gerne mit dieser angabe einfach die größe einfach nur wenn ich es ausgebe die größe meines strings haben wollen ich will nicht unnötig jede mal eine funktion aufrufen es get length oder sowas weil wenn ich jetzt hier die größe meines strings dass diese es hat ist ja ein string meistring und ich will zum beispiel die länge des strings haben dann müsste ich jetzt hergehen und eine funktion programmieren die mir dieses string length das ich gesetzt habe zurückgibt was habe ich gemacht ich habe am anfang hier an objekt initialisiert ich habe dieses text entsprechend genommen und es in meine member eigenschaft text abgelegt und ich habe mir die länge des textes gemerkt so kann man ja durchaus machen gehen wir davon aus das wäre hier kein string sondern ein character zeiger und ein char array bei einem char array kann man die in der einfachen char array variation von c++ von der veralteten kann man die größe des arrays nicht ermitteln man muss wer mit arrays funktion programmiert man weiß dass man wenn man so ein konstrukt hat von char temp 10 und ich halte jetzt beispielsweise das in mein main trainer und würde hier ein char array übergeben dann hätte ich probleme dieses dieses datentyp temp was ein char array ist abzufragen hör mal zu wie groß bist du eigentlich ich müsste jedes mal wenn ich also an eine funktion ein array übergebe auch die größe mit übergeben das ist das problem bei character arrays kann man die größen nicht bestimmen aus dem character heraus gehen wir davon aus ich hatte hier gesagt ich habe ein char array temp um es einfach aufzuzeigen das besteht aus test oder ich mache die größe weg das wird automatisch die länge des character arrays wird anhand meines strings das ich hier mitgebe bestimmt das heißt ich müsste eigentlich an der stelle ein character array von größe 5 haben vier buchstaben und slash 0 wird automatisch auch mit eingebaut soweit ich weiß und gehen wir davon aus dass da möchte ich gerne hier mit geben das heißt hier habe ich dann doch kein string und dann doch ein text stern beziehungsweise um es doch einfacher zu machen so was hier dann müsste ich natürlich hier die größe angeben oder auch nicht ach so ja das ist mein fehler das kommt hinten hin beziehungsweise glaube ich die größe mit ja die größe muss mit angegeben werden so gehen wir davon aus hier habe ich also fünf reingeschrieben könnte ich trotzdem hier drinnen nicht sagen wie groß ist denn text letztens wirklich ich kann die fünf die ich hier angegeben habe für den compiler der dem ich ist wichtig wie groß dieses character array das er temporär hier anlegt hier habe ich ein argument und wie groß dieses speicherkonstrukt dieses array sein muss muss ich hier mit angeben sonst bemeckelt der compiler mir das aber ich kann hier diesen text hier nicht erfragen geben mal die größe obwohl ich es hier mit angegeben habe kann ich das in der einfachen character in den einfachen race nicht machen soweit ich weiß hat c++11 da ein eigenes array mit implementiert wo man die größe aus dem datentypen erfragen kann sagen kann hier gibt mir mal eine größe obwohl ich das ja hier festgelegt habe kann ich das gerade nicht erfragen und müsste mir da was programmieren das beispielsweise nach einer backslash 0 sucht das heißt hier bedeutet es eigentlich nichts anderes dass hier die buchstaben test und slash 0 wird automatisch hinzugefügt weil es sich das hier als string angeben habe das heißt letzten endes habe ich bei der ich mache gerade bisschen grundlagen wie tutorial aber das ist wichtig dass wir das mal schnell besprechen dann habe ich praktisch hier im index 0 meines arrays versuche ich mal ein bisschen optisch untereinander zu bringen so sieht dann mein array letztendens aus ich habe gesagt ich gebe weise test dem array zu aber im speicher angelegt ist auch zusätzlich die backslash 0 das ist in kombination mit character race sehr wichtig weil in der auf die art und weise dass automatisch backslash 0 hinzugefügt wurde wenn wir hier auch ein string zuweisen das ist die voraussetzung wenn ich hier ein string habe und string ist immer angabe doppelte anführungszeichen wenn ich das einem charl zu weise wird die backslash 0 automatisch mit angefügt in einem character array das heißt darin steckt wirklich sowas drin das ist wichtig weil in der c programmierung konnte man die temps die character array auch direkt ausgeben sie out temp und damit der compiler natürlich weiß beziehungsweise das programm weiß was er hier an temp auszugeben hat muss er irgendwo ein stopp signal haben er muss wissen wie viel aus diesem konstrukt ist ja ein character array was er als ausgeben soll dass er nicht anfängt ab dieser stelle wo mein temp im speicher steht alles den ganzen speicher ausgibt sondern dass er weiß okay ich gebe jetzt das 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 auf und hier höre ich auf ihr müsst euch wirklich speichermäßig eine folge von vielen vielen bytes vorstellen und irgendwo fängt er an und zwar an dieser stelle weil ich gesagt habe fangt bitte bei temp an diese angabe temp ist ja nun name für die variable im speicher und da wo temp steht irgendwo im speicher fällt ab da fängt er an auszugeben und das macht er dann tatsächlich so dass er wirklich die byte weise ausgibt und bei backslash 0 aufhört damit diese aufgabe ausgabe also funktioniert und wir wirklich test ausgegeben bekommen haben ist die backslash 0 die binäre 0 als stopp marker mit mit eingebaut worden automatisch durch diese zuweisung und das ist wichtig problem ist hier hier weiß ich die länge 5 muss ich ausgeben beziehungsweise hier habe ich ein character array von größe 5 ich muss als die binäre 5 binäre 0 mit abspeichern das ist wichtig und wenn ich das dann hier praktisch die länge hier bestimmen wollen würde was ich hier aktuell auch tour kann ich nicht fragen text gib mir mal deine länge dann müsste ich mir eine funktion ausdenken die sagt okay ich zähle alle einzelne buchstaben in text und bis zu binären 0 das heißt ich könnte jetzt sowas machen ich könnte jetzt sagen weil so lange mein text ich zeige euch jetzt mal wie man ein character die länge eines character arrays bestimmen kann und gleich backslash 0 möchte ich gerne folgendes machen und zwar hoch zählen da ich hier einen character von der länge 5 mitgegeben habe und weiß dass ich hier bei der übergabe my string so hier habe ich dann mit hoch gegeben und temp sieht ja so aus dass das sind 1 2 3 4 5 ein speicher von fünf charaktern die binäre 0 ist auch ein character zeichen kodiert als binär 0 0 kodierung und diese fünf zeichen werde ich hier mit angeben übergeben weil ich hier gesagt habe hier du bist fünf groß diese neue temp was ich lokal hier anliege dieses character array was ich hier lokal anliege ist wirklich fünf zeichen groß und somit ist das was ich hier mit hoch gebe passend zudem nimmt das einfach erstmal so hin die größe muss halt zu passen obwohl ich hier vier zeichen habe muss ich ein muss ich oben hier sagen du bist groß fünf weil backslash 0 ist mussten wir mit 10 letzten anders das dürfen nicht vergessen wenn ich das gemacht habe 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 ich natürlich jetzt hier gesagt text ist text zugewiesen worden das funktioniert weil hier diese string klasse erlaubt die zuweisung von character arrays die weiß aha ich bekomme jetzt hier als zuweisung einen character array zugewiesen aber der kann das verarbeiten weiß also ich bin jetzt wirklich vier zeichen lang binär 0 ist letzten end markierung für den fall ich will es ausgeben aber letzten endes ist mein string tatsächlich vier zeichen lang das kann ich euch auch gleich zeigen was ich eigentlich erklären möchte ist dass man bei character arrays nicht die größe bestimmen kann ich müsste mir sowas ausdenken um die größe zu bestimmen warum funktioniert das oder würde es funktionieren ganz einfach weil ich in text habe ich ja fünf buchstaben drin und ich iteriere durch jeden einzelnen und wenn dieses ungleich binär 0 ist das will ich hoch zählen das heißt jeder buchstabe der nicht binär 0 ist wird gezählt t wird gezählt i wird hochgezählt e wird gezählt es wird gezählt t wird gezählt das wird nicht mehr gezählt das heißt ich habe tatsächlich Länge von vier mein string lang ist hat sich vier das heißt ich müsste eigentlich mal hier ein breakpoint setzen und es immer ausführen da kann ich euch das mal zeigen wie sich das intern verhält dann habe ich hier tatsächlich bei text seht ihr da steht test drin binär 0 sieht man nicht aber die hat tatsächlich eine länge von fünf wenn ich hier jetzt in mein string text rein gucke habe ich auch nur vier buchstaben der hat also die zuweisung von character array zu string hingekriegt das kriegt er hin weil wir hier in text eine binäre 0 haben so dass die string klasse die hier drin ist diese string klasse die ist so programmiert dass sie in der lage ist wirklich mit einem character array klar zu kommen weil die weiß von sich aus ich muss alle zeichen alle buchstaben die in text drin liegen nehmen bis zur binären 0 davon geht die aus und die binäre 0 wurde gefunden und weiß genau aha da muss ich aufhören so ist 0 jetzt komme ich hier rein in schleifen zähler schleifen zähler schleifen zähler schleifen zähler ich bin fünf viermal hochgesprungen warum weil in text das sieht man hier leider jetzt gar nicht hinter in text steckt hat sich an vierter stelle also in der index 4 an fünfter stelle index 4 eine binäre 0 deswegen konnte hier raus springen und hat dann aufgehört zu zählen das heißt i ist vier wir haben tatsächlich vier echte buchstaben und das setzen wir gerade das ist beispielsweise jetzt die art und weise wie my string funktioniert wenn ich jetzt sagen würde ich möchte jetzt gerne ausgeben s aber ich möchte nicht s als string ausgeben sondern ich möchte die länge mit dieser angabe wenn ich was es ausgeben möchte möchte ich gerne die länge meines strings ausgeben das ist meine persönliche idee das möchte ich gerne machen und die frage ist jetzt geht das das geht erstmal nicht so das ist das übliche problem wir wissen jetzt wenn wir zurückdenken wir haben keinen ausgabe operator überladen mit unserer klasse s my string kommt dieser operator nicht zurecht den wollen wir aber auch nicht wir wollen jetzt auf die konvertierungsfunktion zurückgreifen das ist die idee warum ich letzten endes diese vorbereitung getroffen habe wir wollen ob es sinn macht oder nicht wir wollen jetzt beispielsweise hergehen und sagen ich möchte jetzt keine funktion programmieren die mir die länge des meines übergebenes übergebenen strings ermittelt und zurück gibt dass ich dann ausgeben kann sondern ich möchte einfach sagen wenn ich es ausgebe möchte ich gerne dass mein s mein objekt es konvertiert wird in ein int in die länge das heißt es soll konvertieren in länge was da typ int ist das ist weil wir das so wollen nicht weil es so gemacht wird wir wollen beispielsweise ein programm schreiben dass wir sagen wenn ich es ausgebe möchte ich immer die länge haben warum auch immer es macht in diesem fall eigentlich wenig sinn das so zu machen aber man könnte das so machen und hier möchte ich euch nur die syntax zeigen wie das geht wir haben hier die syntax ich schreibe es als hier syntax schreibweise erstmal auf operator dann möchten wir den zieltypen haben ohne klammern das war's so sieht der prototyp aus das heißt wir brauchen operator und schlüsselwort operator dann wollen wir ein zieltypen haben unsere idee ist wir wollen es das objekt es geht immer um das eigentliche objekt das objekt soll gecastet werden in ein int weil wir eine nachher eine idee implementieren wollen in der funktion nachher darum konvertierungsfunktion wie das wir jetzt beispielsweise haben wollen dass es in länge umgewandelt wird das ist extrem verwirrend gratis verstehe ich voll und ganz aber nimmt es einfach mal so hin es dürfte gleich klar sein worum es geht also meine idee ist ich möchte gerne das objekt ich stecke hier übrigens in der klasse drin meist drin drin haben die ich selbst programmiert habe dementsprechend ist diese operator pack nennen wir es mal operator überladung wir überladen sozusagen den interoperator dahingehend dass wir sagen ich möchte gerne es in ein int umwandeln können wann das genau geschieht das erkläre ich euch dann hinterher ich möchte in der lage sein dass wenn ich es verwende das objekt es verwende in einem kontext wo ich ein int brauchen könnte dann möchte ich vorhanden wir wissen dieser standard operator hier der ist in der lage mit den standard typen int double und so weiter klar zu kommen das wissen wir ja wenn wir sagen see out 8 das ist ein datentyp int das ist ein datentyp int das ist ein datentyp int damit kommt der operator ja standardmäßig zurecht das wissen wir ja wenn ich diesen operator hier nicht gehabt hätte oder wieder raus nehme dann haben wir hier wieder ein problem wenn ich den operator wieder ein baue ist dieses problem hier unten behoben warum der compiler hat gemerkt also letzten endes ist das code highlighting gelump da aber letzten endes lassen wir mal das ganze so kompilieren und dann läuft es auf das gleiche hinaus deswegen spreche ich hier vom compiler gehen wir davon aus dass ich jetzt jetzt kompiliert und der compiler bemeckert mir das jetzt nicht mehr warum plötzlich nicht mehr wir haben keine operator überladung für den ausgabeoperator gemacht warum geht das plötzlich das liegt daran dass er hier in der in der insicht hier einen operator überladung sucht für das objekt wir haben ja unser objekt mystring das ist das ding hier und dafür sucht er eine operator überladung ausgabeoperator den findet er nicht dann sucht er natürlich nach alternativen er versucht es zu casten in einen typen den er hier dieser operator standardmäßig bearbeiten kann der kann standardmäßig double float char int und so weiter verarbeiten und danach sucht er jetzt er versucht zu casten zu konvertieren er versucht hier für es jetzt eine konvertierung zu machen und damit wir den dem compiler beziehungsweise dem diesem ausgabeoperator bisschen helfen und sagen komm ich helfe dir mal ich zeige gib dir möglichkeiten es mein objekt es zu konvertieren habe ich hier eine konvertierungsfunktion geschrieben ich habe gesagt hör mal zu du versuchst zu konvertieren du versuchst das objekt selbst zu konvertieren hier ich biete dir einen operator in zur verfügung du kannst kannst du ein int gebrauchen hier ich gebe dir einen operator stelle ich dir zur verfügung dass mein objekt in das int casten kann ich mein eigenes objekt wird gekastet in ein int das stelle ich jetzt zur verfügung und das wird jetzt automatisch hier versucht zu verwenden und der findet den dann auch deswegen ist das hier unten kein fehler mehr das da weil er hier plötzlich eine hilfe bekommen habe von der klasse selbst und zwar eine konvertierungsfunktion zur verfügung gestellt bekommen hat der das objekt in ein int konvertiert wenn wir sagen ich brauche aber ein float dann hätte ich ein operator float verwendet jetzt ist aber wieder ein problem weil mehr deutlichkeit er weiß jetzt an dieser stelle kann dieser operator auch ein float gebrauchen er kann mit int arbeiten aber mit float deswegen hat er jetzt ein problem der findet plötzlich zwei funktionen die ihm helfen beim konvertieren und er weiß nicht zwischen wem er sich entscheiden soll dieser operator hier unten darum haben wir jetzt ein problem aber wir können ihm helfen sagen hör mal zu ich helfe dir mal benutze bitte int und schwupps ist das problem wieder gegessen das heißt wir können mehrere konvertierungsfunktionen zur verfügung stellen und sagen egal wo mein objekt versucht wird in irgendeinen anderen anderen typen zu konvertieren ich biete dir eine möglichkeit an warum sollte man das tun wie gesagt wenn ich die idee verfolgen würde dass ich hiermit sagen möchte konvertiert doch bitte mein objekt es in ein int weil ich möchte gerne wenn du das objekt es als int verwendet möchte ich immer die länge des strings haben als ein string das ist ja ein string meist drin ist ja letztens ein string das ich implementiert habe und ich sage wenn mein string objekt im syntax in einem kontext eines integers verwendet wird möchte ich immer die länge haben die länge des strings dann macht es durchaus sinn warum sollte ich ein s als integer verwenden das geht gar nicht aber wenn du dann das als int verwenden möchtest egal welcher programm welche funktion das möchte hier in dem fall ist der ausgabe operat oder das möchte dann bitte immer in dem kontext die länge des strings weil ein string als integer macht sonst keinen sinn also sage ich hier ich biete ihm eine funktion konvertierungsfunktion zur verfügung und zeige ihm auch wie er den zu verwenden hat bzw ich programmiere ihn aus und sage okay ich gebe dir und das ist jetzt ein bisschen das verwirrende ich habe hier keine rückgabetypen und trotzdem gebe ich was zurück letzten endes ersetzt er sozusagen den code den ich hier drin habe und ersetzt praktisch diese stelle mit dem code hier drin und was möchte ich zurückgeben ich möchte von dem objekt von dem es einfach string length zurückgeben das heißt wenn mein objekt als int verwendet werden soll oder wird dann bitte auf die art da möchte ich gerne nicht es ausgeben ein string als integer auszugeben macht gar keinen sinn ich möchte gerne sagen wenn du als int verwendet wirst also wenn ein objekt hier von oben angesehen wenn ein objekt von my string im kontext eines int verwendet wird dann möchte ich gern so was haben ich programmiere also eine funktion das allen anderen funktionen aufzwingt mein objekt im kontext eines integers so zu verwenden also auf deutsch wenn du mich ich bin jetzt das objekt es ich der hier sitzt und moderiert ich bin es und ihr wollt mich gerne als int verwenden was nicht geht weil ich bin kein int ich bin ein typ mensch und kein int mich könnt ihr nicht als zahl darstellen dann 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 müsste dann gebe ich euch vor okay wenn du du zuhörer mich jetzt als integer verwenden möchtest dann sage ich ja als antwort immer 11 28 weil es die uhrzeit ist beispielsweise 11 28 wenn du mich schon als in verwendet oder mein alter gehen wir davon aus sagen wir ich bin jetzt ohne mein alter zu verraten ich bin jetzt 25 jetzt sage ich ja du willst mich als int antwort 25 es könnte alles möglich sein das liegt an euch wie ihr das verwenden das heißt ihr seid die programmierer und ihr sagt wenn mein s im syntax eines integers verwendet werden soll oder darf dann bitte auf die art das ist ein bisschen verwirrend ja gebe ich offen zu deswegen zeige ich euch ein anderes beispiel ich schreibe das programm mal um int zähler dann mache ich das mal wieder weg dann habe ich hier ein int nenner int zähler das nennen ist gleich nennen das zähler ist gleich zähler und ich möchte gerne jetzt sagen ich habe eine bruchklasse b1 nehmen wir mal was nehmen wir dann am besten und ich möchte gerne jetzt die art b1 ausgeben und zwar ist meine idee ich würde gerne den bruch so auf die art und weise ausgeben dass mein bruch automatisch immer als als dass mein b mein bruch konvertiert wird zu einem float ich möchte gerne meine vier zwiertel als kommazahl ausgeben jetzt könnte ich eine funktion schreiben oder ich könnte sagen ich bediene mich der möglichkeit dass ich einen operator überladung machen kann und sage okay wenn du das objekt bruch oder das objekt vom typ bruch als float verwenden kannst dann bitte auf die art das dass du sagst return ist dis nenne geteilt durch dis zähler damit das funktioniert müsste ich glaube ich hier mache ich mal einen auf c plus auf c cast ebene also ich das ist ein cast was in der c programmierung verwendet wird ich hätte auch die c plus plus variante nehmen können das wäre static cast ich mache mal die c plus plus variante machen wir es dann gleich sauber das wäre die art ich möchte gerne das nenne als ein float casten und dis zähler als float casten und dann sie miteinander verarbeiten brauche ich aber nicht weil es reicht wenn einer dieser operat operanten einer dieser operanten muss ein typ float sein damit ich als ergebnis ein float zurückkriege ich habe also dis nenne in an float gecastet und teile und teile das durch zähler als nenne durch zähler auch als float wenn ich das nicht gemacht hätte nur nenne durch zähler dann hätte ich hier geteilt 2 durch 4 ganzzahlig hätte zwar 2 zurückbekommen aber gehen wir davon aus wir hatten nicht 4 zweitel sondern 4 drittel dann wäre die kommazahlen nie zur geltung bekommen also die kommazahl wird abgeschnitten wenn wir zwei integer miteinander teilen kommt als ergebnis bilderweise ein integer Komma wird einfach abgeschnitten darum caste ich sicherheitshalber beide sogar als float muss nicht sein einer reicht aber ich mache mal beide und guck mal was ich hier bekomme ich erwarte eine 2 und kriege ja keine 2 ich weiß nicht warum Moment irgendwas stimmt da nicht nenne zähler nenne zähler ah so ist das das problem gewesen ja 1,periode 3 ist auch komisch doch da habe ich ein 3 drin gehabt ich mache mal wieder eine 2 und bekomme eine 2 ausgegeben ich sage mal jetzt mein bruch ist 3 viertel und bekomme ausgegeben 0,75 warum funktioniert das weil ich gesagt habe bitte wenn du das objekt b1 verwendest und äh wenn du deine schwierigkeiten hast zu casten gebe ich dir hiermit die möglichkeit wenn du mein objekt als float verwenden möchtest bewusst oder unbewusst hier mache ich es unbewusst bewusst wäre explizit also sowas hier wenn ich mein b1 in ein float casten möchte dann verwende bitte diese cast prozess dass ich sage b1 mein objekt b1 das ja so aussieht einen int zähler und nenne hat soll bitte als float so aussehen das ist typ umwandlung und das ist funktion also wir haben ja den konvertierungskonstruktor kennengelernt und das ist eine konvertierungsfunktion ich habe jetzt bewusst eine funktion geschrieben in einer syntax schreibweise des überladens ich habe sozusagen den float typ so überladen für mein objekt dass ich sage wenn mein b1 mein ob von objekt mein objekt von bruchs im kontext eines floats verwendet wird möchte ich gerne es auf die art machen was hier drin steht könnt ihr machen was ihr wollt ihr müsst letzten endes ein float zurückliefern wenn ich sage ich möchte es ein float typ um überladung machen das ist hier eine konvertierungsfunktion für die für den typ float dann muss ich natürlich als return wert ein float zurückgeben ich hätte jetzt hier einen roman reinschreiben können viele prozesse starten können aber als ergebnis muss ich irgendwann mal ein float raus geben ist ja logisch weil hier wird ein float erwartet damit der hier weiter arbeiten kann oder anders ausgedrückt ich könnte auch sagen ich möchte gern float ein datentyp float anlegen mein bruch als float sehr schöner name mein bruch als float wenn ich es richtig schreiben würde ist gleich b1 hier bei der zuweisung ist links float erwartet also dieser zuweisungsoperator hätte ein problem wenn ich das hier nicht hätte ich kommentiere das mal aus dann würde der hier sagen gleich es ist keine passende konvertierungsfunktion von bruch in in float vorhanden sagt er mir schon er sagt ich kann über den zuweisungsoperator an float zugewiesen ich kann bruch 1 nicht in float umwandeln es ist keine konvertierungsfunktion vorhanden das ist jetzt das was wir hier mit behandelt haben wir haben konvertierungsfunktion grad kennengelernt okay der sagt mir schon aha es ist keine konvertierungsfunktion von bruch in float vorhanden warum nicht ach ja ich weise bruch 1 grad float zu wie könnte ich das dann machen gut dann mache ich eine konvertierungsfunktion das so aussieht und die programmiere ich jetzt auch und sage was ich denn damit meine wenn ich ein bruch 1 ein bruch in float umwandeln möchte meine ich ja eigentlich nennen dadurch zähler ich hoffe ihr kennt euch soweit in mathematik aus dass ihr wisst dass ein ein bruch eine schreibweise zwei bruch drei hat aber ein bruch nichts anderes ist wie ja ein bruch ist kann auch in als kommazahl abgebildet werden ein zweiviertel ist dasselbe wie 0,5 warum 2 durch 4 ist 0,5 das heißt also die bruch als float als dezimalschreibweise um das hinzukriegen müsste eigentlich nur den nenner durch zähler teilern also zwei durch vier dieser bruch ist sozusagen ein geteilt eine divisions zeichen letzten endes also ein bruch in ein dezimalschreibweise umzuführen müsste halt nennen durch zähler teilen ich hoffe da kommt ihr wenigstens mit einer gewissen basis wissen mit und das mache ich hier manuell weil ich gesagt habe meine bruchklasse sieht nun mal so aus dass ich einen nennen in ein int ablege ein zähler in ein int ablege weil es gibt sowas nicht wie mein bruch lautet 2,5 fünftel 2,5 fünftel sowas gibt es gar nicht als bruch es gibt keine 2,5 fünftel dementsprechend die datentypen der zähler nennen das sind immer integer oder long also hier haben wir integer in dem fall gewählt hier das ist ein im nennen steht ein integer im zähler steht ein integer und so habe ich mein bruch konzipiert aber wenn ich jetzt einen bruch mein bruch als irgendwie irgendwie rechenbar machen möchte und es als float umwandeln möchte dann kann ich mir eine konvertierungsfunktion schreiben das so aussieht von der syntax her dass ich mit operator angebe dass ich irgendwas überladen möchte und zwar den datentypen float klar die funktionsklammern müssen rein damit das als funktion behandelt wird und dann die art und weise wie diese float operator wie der datentyp float wie mein objekt in float jetzt umgewandelt werden soll das gebe ich an über ein return weil ich erwarte der aufrufer der dieser funktion erwartet als float ein float zurück deswegen return auch wenn ich hier vorne kein float hingeschrieben habe ist es syntaktisch nun mal so festgegeben vorgegeben leider gottes und dann muss ich halt anschreiben wie ich überhaupt meinen float mein echten float bestimme ja und wenn ich jetzt überlege bruch als kommazahl macht nenn durch zähler so das heißt da wo ich jetzt ein float erwarte für meinen anstelle meines bruchs wird das ja ausgeführt und ich habe als ergebnis hier tatsächlich eine 0,5 und die 0,5 wird dann hier tatsächlich zugewiesen breakpoint ich führe es mal aus ich durchwandere b1 schaue ich mir mal an nenn da zwei zähler vier ich gucke mir mal was hier passiert ich spring da mal rein und sehe dass ich durch den aufruf hier hier drin gelandet bin dann wird das hier ausgeführt nenn da zwei vier zwei durch vier als ergebnis wird zurückgeliefert und ich habe hier in b1 ein ergebnis was dann 0,5 als float natürlich 0,5 0 0 0 0 0 0 0 und so weiter somit habe ich tatsächlich eine konvertierung gemacht von meinem bruch in ein float habe wenn ihr sagt ich möchte gerne ein bisschen anders haben ich würde gerne operator und zwar ein char stern diese funktions operator überladung gehen ich weiß nicht ob es auch mit eigenen datentypen geht ich glaube nicht ich habe es noch nie gemacht aber was geht ist auf jeden fall mit den standard datentypen und hier will ich ein char stern zurückliefern also letztendlich letzten endes ein string und was möchte ich gerne da zurückliefern ich möchte gerne mein dis nenne jetzt bediene ich mich wieder einem trick möchte gerne in ein charakter umwandeln und das möchte ich gerne verketten das wird jetzt schwierig das wird jetzt schwierig das wird das schwierig das wird jetzt schwierig das wird jetzt schwierig mache ich beispielsweise einfach zum buffer von 10 und dann das buffer stelle 0 einfach das da was ich gerade mache ist nur gott ist eigentlich fehlerhaft aber für unser beispiel funktioniert das und das reicht mir auch erst mal so ich gibt es mal aus dass ich sage ich hätte ganz hier und zwar star stern e1 und müsste eigentlich okay das war noch nicht das was ich genau wollte muss ich vielleicht minus rechnen ach so natürlich ich muss natürlich auch sagen dass gleich 0 aber dann war das mit plus glaube ich richtig ich probiere gerade nur was aus um dann zu erklären was ich eigentlich für ein blödsinn praktiziere kommen schauen das muss gehen warum geht denn das nicht machen wir mal folgendes das ist doch aber blödsinn wenn ich das so mache nein das ist doch quatsch wenn ich das so machen wenn das so geht dann verstehe ich c++ nicht okay ich dachte schon dann habe ich hier ein buffer was ich zurückgebe als star stern dann lege ich einfach beispielsweise ab 1 a und ein b dann müsste ich da eigentlich bekommt man irgendwo habe ich den denkfehler ich weiß nur noch nicht wo dann dürfte gleich ein problem haben hier glaube ich da ist die 0,5 weil es als float verwendet wurde warum funktioniert das jetzt nicht so wie ich möchte ich springe mal hier rein und gucke mir das mal an dann habe ich ein buffer das sieht so aus ab ich rufe ichiere das jetzt noch ein bisschen beim an die b gibt es nicht so aus ab 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 zurück also wie sein scherz keks das müsste ich eigentlich hier machen Ja, so seht ihr jetzt, wie man über das Debuggen auch an Lösungen kommt oder das Problem versucht. Da ist doch mein... Warum funktioniert das denn jetzt? Ich raffe das nicht. Also wenn ich das mal so mache, dann funktioniert das nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Habt ihr den Fehler gefunden? Hä, der müsste doch eigentlich hier wissen. Der müsste doch eigentlich... Warum weiß er das nicht? Ich weiß es nicht. Ähm, int e gleich 0. Temp, char temp ist gleich ti und zwar i++. So, ich gucke, ich debug gerade nur. Ich will herausfinden, warum es mit char nicht funktioniert, mit char stern. Also mein Temp ist nix mehr. 0. Ja, der Herd, der macht das eigentlich richtig. Ich verstehe nur noch nicht, warum. Also das erste Zeichen ist ein... Du bist ein Scherzgeks. Äh... So, sag mal, willst du mich verarschen? If true... So... Ich weiß, ich stelle mich grad ein bisschen blöd an, aber auf die Stelle habe ich auch keine Lust, sonst was anderes zu machen. Okay... Dann führe ich das aus und gebe es aus. Oder auch nicht. Ach so. Dann kann ich das doch so lassen. Das ist meine Ausgabe. Das schiebe ich mal da unten hin. Ich kriege A ausgegeben, ich kriege B aus. Ich kriege B nicht ausgegeben. Was kriege ich dann? Ich kriege dann irgendwie komische Zeichen ausgegeben. Das ist ja merkwürdig. Warum kriege ich die B nicht ausgegeben? Das ist merkwürdig. Okay, aber irgendwie funktioniert. Ich weiß noch nicht, warum das nicht funktioniert, aber die Idee war von mir gewesen, dass ich sage, ich möchte gerne mein B1 als String verwenden. Das ist eigentlich eine gute Idee, wenn ich das direkt als String verwende. Wie das geht jetzt? Okay, wer hätte mich gewundert. Der kommt irgendwie mit der Konvertierung nicht zurecht. Hier sage ich, ich möchte das als Char-Stern verwenden. Ich benutze aber einen Character Array, was letzten Endes eigentlich auf dasselbe hinausläuft. Und gebe dann das als Char-Stern zurück. Wir reden bei Char-Stern immer um einen Byte. Das heißt, ich habe hier wirklich Byteweise auch. Ich raffe das nicht. Ich wollte euch gerne unbedingt eine Konvertierung zeigen, wie ich zum Beispiel B1 als Text ausgeben kann. Dass ich sage, gib mir, wenn du B1 als String verwendest im Kontext eines Textes, dann möchte ich ausgegeben bekommen Nenner Slash Zähler. Das heißt, ich wollte gerne mein B1 ausgeben als 2 Slash 4. Und zwar als String. Oder so, wie auch immer. So sollte auch meine Ausgabe am Ende sein. Das war mein Ziel. Habe ich nicht geschafft. Ich weiß noch nicht warum. Wenn ihr Ideen habt, was gerade mein Fehler ist, wo ich nicht hinterkomme, dann sagt es mir einfach. Würde mich darüber freuen. Ich greife auf 0,1 und dann Slash 0. Ich verstehe meinen Fehler nicht an der Stelle. Und Buffer. Der reine Name ist immer Index 0. Ich verstehe das nicht. Na gut, das kann weg. Auf jeden Fall, was ich euch letztens hiermit zeigen wollte, ist einfach die Tatsache, dass wir in der Lage sind, einen Datentypen, und zwar unseren eigenen Datentypen, in ein anderes zu casten. Das heißt also, ich möchte gerne mein B1 in ein Float casten. Um Eingriff darauf zu nehmen, wie das gecastet werden soll, kann ich hiermit festlegen. Wie wir es bisher auch immer hatten. Bei Funktionen wäre das nichts anderes. Wenn ich gesagt hätte, ich möchte gerne das asFloat Funktion, dann hätte ich hier ein Float asFloat gemacht. Und ihr seht schon, das war es eigentlich schon. Das war der Unterschied. Ich habe hier eine Funktion asFloat und könnte hier sagen, es ist mir einfacher, wenn ich einfach sage, eine Funktion asFloat gibt es jetzt. Was wir uns dadurch gespart haben mit diesem Konvertierungskonstruktor. Wir haben die Standards von C++, dass er sowieso versucht, überall zu casten, wo es nur geht. Versuchen wir Einfluss darauf zu nehmen und sagen immer zu, okay Bob, wenn du das gerne als Float haben möchtest, dann mach es bitte auf die Art. Welchen Vorteil es hat. Ich habe eben versucht B1 auszugeben. Hier das. Und das macht Sinn, wenn ich B1 einen Bruch habe. Das sieht so aus. Dann ist die eigentliche Logik bei der Ausgabe von B1 ja so. Ich persönlich weiß nicht, ob ihr das auch so erwartet. Erwarte ich eigentlich als Ausgabe, dass das 1 zu 1 so in der Ausgabe steht. Dass ich also hiermit erwarte ich eigentlich eine Ausgabe meines Bruchs und nicht als Float. Darum wollte ich es versuchen, zu einem Charakterstern zu casten. Also ein Charred zu casten, aber das ist mir gerade nicht gelungen. Ich weiß nicht, ob ich das in ein String casten kann. Weil String ist eine Klasse und ich weiß nicht, ob das geht. Aber ich probiere es mal. Bisher bemängelt er das komischerweise nicht. Vielleicht geht das ja sogar. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es gehen wird. Aber ich lasse mich mal überraschen. Mich würde es wundern, wenn es geht. Ich glaube nämlich, es geht nicht. Ne, es geht nicht. Gut, da erwartet er immer noch eine Operatorüberladung für den Ausgabe-Operator. Er hat es nicht geschnallt, dass er B1 als String verwenden kann. Das liegt einfach daran, dass dieser Ausgabe-Operator es nicht schafft, standardmäßig das in ein String zu casten. Das erklärt, warum in der String-Klasse der Ausgabe-Operator explizit programmiert wurde. Wir können Strings direkt ausgeben. Wenn ich sage, ich hätte einen String Test gleich T, kann ich das direkt ausgeben, ohne Casts machen zu müssen. Warum? Weil in der String-Klasse ist der Ausgabe-Operator so überladen, dass ich Test ausgeben kann. In Test steckt nämlich dieser Operator, dieser hier als Überladung drinnen. Soweit ich weiß. Ob es nicht über eine Operatorüberladung, sondern über eine Konvertierungsfunktion gemacht hat, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber ich vermute, dass es eine Operatorüberladung ist. In der String-Klasse steckt das drinnen. Deswegen geht es hier. Was halt nicht geht, ist, dass ich hier oben sage, benutzt B1 in Kontext eines Strings. Das schafft dieser hier nicht mehr. Der kommt nur mit Basis-Datentypen klar. Und er erwartet beispielsweise ein Float oder ein String oder sonst was. Und ich entscheide mich dann, okay, du kriegst halt ein Float. Dass ich sage, jetzt muss ich das wieder schreiben, blöderweise. Nenner durch das Zähler. Und ich beweise euch jetzt, dass das reicht, wenn ich einen von denen als Float mache. So. Und dann müsste das wieder gehen, dass ich sage, 2 als Ergebnis. Oder 0,5 als Ergebnis. Weil 2 durch 4 ist 0,5. Schade. Das habe ich nicht implementieren können, dass ich sage, ich möchte gerne das als Text ausgeben. 2 slash 4. Aber gut. Vielleicht wisst ihr, woran es lag. Sorry dafür. Es war ein extrem nervig und komplexes Thema. Es war auch sehr, an meiner Stimme merkte ich schon, ich bin da nicht besonders begeistert und nicht besonders motiviert. Sorry dafür. Aber hey, kommt. Hin und wieder darf man mal so eine Low-Phase haben. Das ist ein Thema hier. Boah. Ich habe beim allerersten Mal gekotzt, als ich das gelernt habe. Es ist schon ein bisschen her, ein paar Jährchen. Und ganz ehrlich, ich habe das nie verwendet. Nie, 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 nie. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich praktisch keine Erfahrung habe, beziehungsweise unternehmenstechnisch mit C++ leider Gottes so nichts zu tun habe, sodass ich mit sowas eigentlich nie in Berührung komme. Ja, also von daher, ja, müsst ihr durch. Gut. Dann viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Es war ein hässliches Thema. Und im nächsten Kapitel werden wir dann endlich mit der Vererbung anfangen. Ich blätter mal weiter. Gucken wir mal, was im Buch drin steht überhaupt. Vererbung. Abgeleitete Klassen. Cool. Wir werden also langsam aber sicher endlich mit Vererbung anfangen, wonach viele schon geschrien haben. Und, oh Gott, wenn ich das Buch ansehe, wir haben nicht mal die Hälfte erreicht. Also es kommt doch eine Menge auf uns zu. Und ich hoffe, wir werden zügig vorankommen. Templates werden auch auf uns zukommen. Klassen-Templates. Blätter ich mal weiter. Was haben wir denn da noch so Schönes? Klassen-Templates, habe ich schon gesagt. Na? Keine Überschrift. Aufgeschlagen. Was ist da? Die STL-Standard-Template-Library. Standard-Bibliotheken C++. Bibliotheken, Bibliotheken, Bibliotheken. Cross-Plattform-Development. Irgendwo haben wir auch Socket-Programmierung noch drin. Wir haben ein Kapitel GUI, wo wir hier auf WX-Widgets zurückgegriffen werden. Ich glaube auch ein Beispiel in Qt. Wir werden aber Qt nicht verwenden. Wir werden wahrscheinlich WX-Widgets kennenlernen. Einfach aus dem Grund auch weil es kostenlos ist und lizenzfrei. Während Qt glaube ich an Lizenzen gebunden ist. Und da habe ich ja keinen Bock mich darum zu kümmern, was ich wann darf und nicht darf. Auf Header, Dateien, Socket, Socket-Programmierung. Natürlich auf Win-AP-Ebene. GUI, Multimedia-Programmierung. Das sind alles Themen, die noch im Buch vor uns liegen und die wir natürlich selbstverständlich irgendwann mal erleben und durchkauen werden. Und dann geht es langsam aufs Ende zu. Oh Gott, ich glaube es könnte noch ein paar Jährchen dauern. Ich hoffe nicht. Na, ich bemühe mich. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr versteht und verstanden habt, was ich hier versuche euch zu erklären. Und dieses Kapitel diesmal hier, dieses Thema ist so... Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr das zehnmal anschauen müsst, bis ihr es verstanden habt. Und seht mir bitte nicht nach, aber es ist halt ein schwieriges Thema hier in dem Fall. Aber gut. Ich habe jetzt verstanden. Die Grundidee ist wirklich jene, man möchte einen Typ, den man hat, in einen anderen Casten. Das haben wir auf die Art und Weise kennengelernt über einen Konvertierungskonstruktor. Das passiert aber nur beim Konstruieren des Objektes. Wir wollen gerne auch ein vorhandenes Objekt B1 irgendwann mal konvertieren können, ohne dass wir jedes Mal eine Operatorüberladung verwenden wollen müssen. Bei der Ausgabe geht das ja wunderbar, aber wir wollen ja B1 nicht mehr ausgeben. Wir wollen ja beispielsweise auch B1 hier einem Flow zuweisen. Da geht das nicht mehr mit dem Ausgabeoperatorüberladung oder den Zuweisungsoperatorüberladung hätten wir auch nehmen können. Warum nicht gleich Konvertierungsoperator? Konvertierungsfunktion meine ich. Perfekt. Es funktioniert hier, weil wir geschrieben haben, das da. Wenn ihr sagt, es ist mir zu komplex, wie kann ich das bitte ohne Konvertierungsfunktion machen, habe ich euch auch gerade gezeigt, dass ich sage, BruchToFloat eine Funktion schreibe. Die nenne ich irgendwie, nenne es mal BruchToFloat, weil es selbsterklärend ist. Ich will meinen BruchToFloat umkasten und rufe die Funktion BruchToFloat für B1 auf und das ist fertig. Das hättet ihr wahrscheinlich gemacht, das hätte ich wahrscheinlich gemacht und das ist einfach intuitiver. Wenn ich das lese, weiß ich genau was passiert. Ich nehme meinen Bruch, was ein Objekt ist, das weiß ich ja, und sage, mach mal aus meinem Bruch ein Float. BruchToFloat oder AsFloat oder ToFloat. Dieses To wird gerne in C-Sharp verwendet. ToString. Irgendwas, irgendein Objekt ToString, Punkt ToString, wandelt das Objekt zu einem String um. Das ist viel intuitiver, wenn ich das so mache. C++ macht gerne abgekürzt und sagt, ich habe übrigens hier solche Tricks, verwende die doch, wenn du möchtest. Und ein Brain wie wir sagen, jo, machen wir so. Natürlich nicht. Wir werden in der Regel wahrscheinlich auch diese Variationen verwenden. Weil es einfach intuitiver und lesbarer ist. Ich wollte hier euch damit nur sagen, nach vielen, vielen Stunden wieder, viel, viel bla bla, ich weiß. Dass letzten Endes es scheißegal ist, wie wir es machen. Wichtig ist, dass ihr C++ versteht und wisst, sowas Schönes slash Hässliches ist möglich. Hässlich ist es nicht. Es ist schön. C++ kann sehr schön werden und sein, wenn man es nicht übertreibt. Und da kommt man schon an eine Grenze, wo man sagt, äh... Es ist natürlich auch abhängig vom Beispiel. Das ist ja nur ein Beispiel. In dem Beispiel würde ich persönlich das so machen. In anderen Beispielen würde es wahrscheinlich eher Sinn machen, es auf die Art zu machen. Durchaus. Wie gesagt, ich habe in der Praxis zu wenig Erfahrung. Leider Gottes komme ich nicht dazu, Erfahrungen zu sammeln. Dementsprechend kann ich euch keine konkreten Beispiele nennen. Das ist nur ein Beispiel, das mir so in den Sinn kam. Ich weiß nicht, ob das auch ein Buch da ist, dieses Bruchgelump-Sache. Ich glaube, irgendwo habe ich das mal sogar gelesen. Ja, das ist tatsächlich hier als Real, eine eigene Real-Klasse wurde hier implementiert. Aber egal. Auf jeden Fall war die Idee, euch zu zeigen, wie man das auf Basis von Konvertierungsfunktionen machen kann. Dasselbe, was ich hier eigentlich jetzt auch gemacht habe. Parallel. Mit einer Funktion eben. Ja. Naja. Gut. Man spart sich halt Schreibarbeit. Ihr seht ja sau viel, was wir hier dazu schreiben mussten. Und so haben wir sau wenig. Und wir könnten auch sowas Schönes machen. B1 plus B1. Ist mein neues Float. Also... Ich gebe mal schnell aus, was da überhaupt rauskommt. Und dann machen wir auch Schluss. Und wir sehen hier... Toll. Eins. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.